Später, Fals-Fiction-Tanzen. Ich ging ja bei der Besetzung dieser Sendung immer darum, wer kommt, wer kann kommen, wer möchte kommen. Und ich habe natürlich auch noch meine Wünsche gehabt. Ich habe gesagt, bitte bitte nehmen jemanden, den ich kenne. Wie man ja gerade merkt, ist das auch wichtig. Und es wäre schön, wenn nicht alle Interpreten jünger wären als ich. Bei unserem nächsten Interpreten hat das ZDF eine Ziellandung hingelegt. Hier ist Udo Lindenberg. Danke. Und ich habe Angst genommen, den falschen Geistern nachgejagt. In der ganzen Action kriegt man nicht immer mit, was die innere Stimme sagt. Und dann kommt mein Entschleuder, macht nichts gegen mir. Aber dann wird mir wieder klar. Von Norden bis Süden, von Ost bis nach West. Aber ich weiß dabei, dass mich nie hängen lässt. Auch wenn sich das Chaos, die Welt um mich dreht. Mein Herz ist mein Kompost und zeigt mir den Weg. Der ist immer da, der ist immer da, in jedem Moment. Auf diesem Tritt, den man das Leben nennt. Und wenn ich mal durchdrehe, ich weiß, wohin es geht. Mein Herz ist mein Kompost und zeigt mir den Weg. Du fragst mich, wohin deine Reise geht. Wofür sind deine Sterne hin? So viele Kreuzungen, an denen du stießt. Auf der Suche. Die Panik-Familie und das Panik-Orchester. Das Panik-Orchester. 500 Jahre auf der Bühne. Keine Menschen sind. Die Zeiten sind immer weiter. Wir haben einige Statt und eine Dach, über die ich mich wahnsinnig freue. Es schließt sich ja heute so ein bisschen der Kreis. Ich habe schon gesagt, ich habe in den Hof angefangen und habe es nach Nürnberg gebracht. Aber wetten das und ich wäre nicht das, was es ist, wenn es nicht einen Mann gegeben hätte, über den ich mich jetzt wirklich freue.